so früh ja 19 minuten 40 oder so ja komm ich habe gerade aufgelevelt hier unten dann nehmen wir auch die kriegt der ehemann übernach haben wir es trotzdem nicht voll wird ja das ist ein problem nachdem sie eine armee von ungeheuern bekämpft hatten fanden chris und jill unvermutet ein geheimes und unterirdisches forschungszentrum da ihnen klar war dass hier die antwort auf alle ihre fragen liegen musste liegen die beiden vorsichtig in die dunkelheit hier und mit darkness ohne zu wissen was dort um dauern mochte da war kurz bild von west oh mein gott was für ein ford shadowing was going down here i got a bad feeling about this ja star wars das war ein guter schlag denkst du text stand dass wesker hier ist was fahren hier Oh Ah, ist wieder eine miese Brise hier, ey Oh, noch so wenige Jahre spielst du endlich dieses Game, ich fühl mich halt Ist das, wo alle anderen sind? Ich bin sicher davon, lass uns hurry Hä? Ich hab mich voll gekotzt So ein Arschloch Oh, ich hab einfach hier Ich hab panisch gedrückt Haha Chris, da oben! Was denn? Hm Bei mir wär das ein Tyrant-Raum Hedipe Tyrant-Raum Scheiße Oh dumm Der Drang zum Nachladen ist immer sehr stark bei mir Immer und überall, wenn gar nichts los ist Ach, fick dich, okay So Hör die halten echt wenig aus der hält echt viel aus meine güte gleich habe ich noch mal den schwachpunkt getroffen ich treffe die lichter einfach nicht alter ich habe immer nur einen millimeter nebenballer jetzt gefällt es nochmal rein ich glaube es war nämlich so ein spray doch nicht lang amorten Mist umpa pa pa umpa umpa oder auch nicht habe es kaputt gemacht das ist alles sehr schlecht was hier passiert ich bin gar nicht gerade im weg zeitenkunde granate gewesen aber ich bin scheiße das ist das problem ich glaube noch alträume 2 freischalten ja 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 gute frage hoffen wir das auf jeden fall also wenn nicht können wir nochmal gucken was man dafür machen muss aber wenn es dann irgendwie ein kackrang ist kackrang holen ist dann so nein wenn es so ist schießt in einem level was bestimmtes ab oder so dann keine ahnung ja oh da war was zum interagieren habe ich gerade irgendwas? ja so viel gewehr munition kommen okay okay die APS reines danach mussten wir mal was weiteres abschließen um was weiter zu treiben dann muss ein paar mit zwei abschließen um ein paar mit zwei falten scheiden man muss ein paar mit zwei falten scheiden ja mal das gewehr benutzen ne so viel muni warum nicht ach komm schon hm 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 ja nur mit Vermächtnis 2 freizuschalten und das Vermächtnis 2 ist dann quasi keine Ahnung hm 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 höchle niohn wöh Air Force öchle Ja, erstmal die Wesker-Problematik, okay. Chris, you make me proud. Wesker? Tonight was an excellent night for collecting data on Umbrella's biological weaponry and its performance against trained flesh-and-blood combatants. You set the team up? Excellent deduction, Jill. That was Umbrella's intention anyway. However, I don't need them anymore. The ultimate life-form, Tyrant, it's beautiful. Let's gooo! Let's gooo! So was mein Freund da auch erst mal am Anfang nicht funktioniert hat? Kein Boss übrigens. Dreh dich um, bitte! Es ist so witzlos, ne? Ugh. You're hurt! Stay back! What the fuck? You're hurt! You're hurt! No! Oh, 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 oh. This is Brad. If there's anyone alive, contact me now. Brad! Brad! I'm at the heliport, but I'm running out of fuel. This is your last chance. Is anyone out there? The heliport. This way. I'm at the heliport. I'm at the heliport. I'm at the heliport. As I'm at the heliport, right? Was es ja nicht wahr. Vielleicht hab ich'n Bug. Keine Ahnung. Пом samples. Internationale Version. Ach keine Ahnung. Ist doch alles Scheiße. Später schau ich nach Cheats. Ja, stimmt. Vielleicht geht es sonst im Zweifel da sogar. Das ist, wo sie die Macht kontrollieren. Let's get it up and running. Boy, das ist ja... Alter. Nee, ey. Was ist das denn? Das ist ja ekelhaft. Now the elevator should work. Brrrr, dem wir jetzt ein Checkpoint geben können bei Wesker. Oh, fuck dich doch einfach. Jetzt auch ruhig mal kicken können, da. Dann ist es jetzt schriftlich eingefügt, um sie live bearbeiten zu können. Okay. Ja. 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 Da 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 da. Jetzt soll ich die Munition nicht verschwenden. Ich habe so reingesprayt, ne? Hätte mich letztes Mal auch getroffen. Dann habe ich auch mit der Stromflinde reingeschossen und das juckt ihnen einfach nicht. Na los. So, ich guck mal hier. Dark Legacy, Death Store. Ich weiß halt gar nicht genau, was jetzt eigentlich was ist. Nightmare 2 Defeat, Nightmare with a Decent A-Rank. Hm. Naja. Jetzt skippen wir wenigstens. Ja. Gut. So, messen wir jetzt, wenn mein Pointer direkt auch da ist. Danke. How could they keep something like that here? I can't believe it. All of this was his doing. No time to worry about that now. We have to take this thing down. So. Ich kann jetzt ein Umbrella-Ding nochmal holen, was da war, ne? Ich würde mich sterben. Ich versuche es tatsächlich. Hey. Das war der, aber noch nicht der mich geklärt hat, ne? Ne. Lächerlich. Ich hätte auch echt gerne so, so ein Spray mal wieder. Das wäre cool. Denk an die Granaten. Ich versuche es. Das ist Brad. Wenn jemand alive ist, kontakt mich jetzt. Brad! Ich bin auf dem Heliport, aber ich rauskomme aus Wasser. Das ist deine letzte Chance. Ist jemand da? Der Heliport. Das hier. Das hier. Das war so auch nicht geplant unbedingt, aber egal. So geht's ja gut. Dieser verfickten Hunter, Alter. Ich hasse sie. Ich bin so wütend auf die. Mann, 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 Mann. Ich wette, ich bin gerade irgendwie so einen Meter vom Checkpoint gestorben. Da wird in meinem linken Hoden drauf. Das war dumm. Das war gut. Alter. Okay. Danke für den Follow. De, wechseln, wechseln, wechseln. Ja, Mann. Geil, ich bin... Oh, Frau. Ach ja, Messer. Oh, stimmt. Ganz vergessen. Irgendwie waste ich ganz schön die Granaten. Irgendwie waste ich ganz schön die Granaten. Nein, da war Heilung. Scheiße, da war Heilung. Da war Heilung. Da lag Heilung. Ellen Waste. Okay. Rebecca, wir kommen aus hier. Wir fingen, glaube ich, noch vier Trophäen in Ellen Waken. Das sind einfach nur noch so richtige Scheiße. Aber das Team... We have to save that for later. Let's get moving. This way. We can radio Brad for help. What the? Vielleicht kommt Albträume 2 ja auch erst jetzt, weil wir jetzt jetzt wissen, dass Rebecca hier ist. Hm. Persistent one, isn't he? We've got nowhere to run. We didn't come this far to die now. We need to take him out. It's not working. It must have a weakness. What is it? Das funktioniert ziemlich gut. Ich habe in der Panik einfach gerade ungefähr alles gedrückt. Chris! Jill! Ich kann ja alles auch mal drücken. Das war cool. Das war cool. Das hat Klasse gedrückt, leider. Ich kann sogar noch mal leben in deiner Ecke. Was ist das denn jetzt hier für die Scheiße? Was ist das denn jetzt hier für die Scheiße? Ich hätte ihn nicht benutzen sollen. Was ist das denn für die Scheiße jetzt gewesen? Oh, bitte ein Checkpoint hier, aber eigentlich war es doch bisher immer so, ne? Wo, Countdown? Danke. Wie gesagt, das ist sehr gut working. Wie gesagt, das ist sehr gut working. Ja, man muss so schnell reagieren. Ja, man muss so schnell reagieren. Chill! Man muss so schnell reagieren! Man muss so schnell reagieren! Hey! Was ist so doof, ne? Und keine Munition mehr. Mein Gott, ey. Es ist nicht funktioniert. Es muss eine Schmerz. Was ist das? Chris! Jill! Du bist okay? Es ist zu Ende. Alter! Alter, was ist das denn? Boah, ich kann nicht so schnell! Alter! Ja, das ist jetzt richtig scheiße. Ich fahre den jetzt erstmal komplett runter. Ich werde dann jetzt den Aktenwerfer benutzen. Falls es überhaupt nicht okay. Granaten. Die existieren nicht. Okay. Ich habe jetzt irgendwie einzig gespielt. Ich habe jetzt irgendwie einzig gespielt. Ja. 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 Das war ein B-Rang, obwohl ich so übel scheiße war. Ach, keine Ahnung. Bemerkungen zu B oder B. Vielleicht lesen wir die irgendwann auch mal durch. Die West-Gas-Szenario-Wiedergeburt-Kapitel 1 auf jeden Fall schon mal. Ja, nee. Andere leider nicht. Hm. Ah, warte mal. Das ist wahrscheinlich... Nee, doch. Das ist wahrscheinlich... Warte mal. Ich guck mal kurz hier. Ist es denn jetzt das... Ja, das ist das hier. Ja, das heißt, das hier bleibt uns leider verwehrt. Naja. Sehr nett, es kommt dann noch, aber... Also A-Rang bei Alptraum 1. Aber das ist ekelhaft. Das will ich nicht machen. Mach, Wesker. Schon komisch, dass es hier einfach so problemlos ging, ne? Zerstörung von Raccoon City. Vor der Spoiler schon. Aber gut, ich beende jetzt auf jeden Fall erstmal die Folge. Und dann beim nächsten Mal geht es erstmal weiter mit. West-Gas-Kapitel, von dem ich einfach hoffe, dass das zweite dann direkt danach kommt. Aber wahrscheinlich schon, oder? Gucken wir mal. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.